Und die Fruchtbarkeit der Erde hat für uns hier immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen hier leben. Der Grund ist die Fruchtbarkeit der Erde und auch die Schönheit von unserem Gebiet. Wissen Sie, wir haben da unten, unter dem Vulkan, am Fuß von dem, 14 Orte. Einer von den 14 ist Torre del Greco, wo wir vorher ausgefahren sind. Und insgesamt in den mehreren Orten leben ca. 700.000 Menschen. Da unten in Nabule haben wir auch noch ca. 1,2 Millionen Menschen. So, wie Sie hören, was etwas mit denen hier nicht stimmt, müssen die mehrere Menschen so schnell wie es geht, perfekt führen. Aber der Vulkan wird bewacht. Wir haben ein Observatorium, ein Überwachungszentrum in Napoli. Und es ist mit demen Re-Bestanzons wie in der ganzen Gebiet die haben verbracht. Richtig ist dumpig. Wir haben die Arm Schmacher zu arbeiten. Wir haben eine andere Verse. Wir haben die光ze von dem Kniegerland. Sie wollen nicht nur das. Man kann es auch nicht passieren. Haben Sie sich die das? Ich habe schon mal gegen Sie. Lange, Geschwister, wir haben hier noch im Uhbrich. Ja, man muss auch noch ein bisschen richtig abkommen. Dann sind wir ein paar Mal und jetzt bist du auf der Reise. Ich bin jetzt schon mal aus dem, ich bin jetzt auch mal mit einem Brust mit 33.000 Euro. Das ist so, wie es nicht ist, Ja. Es ist aber so, also gibt es dieologne zu besuchen. Ja, es ist das also wichtig. Irgendjemand von Ihnen in Deutschland 50 Euro gewechselt hat.